Eine nahezu unüberschaubare Flut an Remis-Partien gibt es beim Sia Masters in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sehen. Und das war auch der Grund, warum ich ein bisschen zurückhaltend war, gestern mal kein Video gemacht habe. Denn ich habe mir die wirklich fast alle durchgeklickt, angeschaut. Die Remisen waren alle nicht so wirklich zeigenswert. Und dann habe ich aber doch noch was gefunden und zwar eine fantastische Partie zwischen Platon Galperin aus der Ukraine gegen Sanans Jugirov aus Russland. Der spielt natürlich unter der Flagge der Fide, klar. Also das ist natürlich nicht nur politisch brisant, sondern es ist auch auf dem Schachbrett brisant. Und dass so ein Aufeinandertreffen überhaupt möglich ist, dafür sorgt die Politik, über die ich mich hier nicht äußern will. Die Partie aber, die hat es echt in sich. Viel Spaß damit! Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chessel als Gunis YouTube-Kanal. Und ja, der Name Sanans Jugirov, der ist vielleicht Insidern bekannt. Der hat nämlich Magnus Carlsen schon zweimal besiegt. 2010 mal, sogar in der klassischen Partie. Und auch nochmal 2020 in der Blitzpartie. Also ein ganz starker Spieler. Der ist 30 Jahre alt und hat eine Zahl von über 2700, man kann also sagen, erweiterte Weltspitze. Und ja, sein Gegner, Platon Galperin, der lebt in Schweden, ist aber Ukrainer. Und der, ja, der ist noch jünger, der ist 20 Jahre alt, ist ein Großmeister. Und ja, hat hier eben, wie gesagt, mit Sjogirov einen ganz, ganz starken Gegner vor der Brust. Und dann gucken wir uns mal die Partie an und die ist wirklich toll. Die ist toll und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran, wie ich hatte, sie mir anzuschauen. Und wenn ja, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr gar nichts oder unterstützt mich gerne auch mit der Spende via PayPal. So viel Zeit muss sein. Herzlichen Dank an den Nikolaus hier für die Spende an meinen Kanal. Du bist natürlich hier verewigt. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Vielen Dank. So, jetzt geht es zum Schach und ich habe auch einen Tee. Schaut mal, liebe Schachfans, ich habe einen Tee. Und hier gibt es nämlich, ich nehme mal einen Schluck Tee-Momente in dieser Partie. Was ist hier passiert? Also, Weiß eröffnet mit D4. Wir sehen D5, C4 und wir sehen eine slavische Verteidigung. Also, kein Damen-Gambit. Wir sehen hier ein Slavisch mit C6. Und normalerweise spielt Weiß hier Springer F3, Springer C3 oder auch, kann man, man kann auch nehmen, hier ist übrigens gar nicht zu unterschätzen, die slavische Abtauschvariante. Und dann gibt es noch einen Zug wie E3, den hat Weiß hier gewählt. Der ist jetzt nicht, der überambitioniert ist natürlich kein Fehler, aber ja, man sperrt so ein bisschen den eigenen Läufer ein, aber dafür ist natürlich auch die Stellung super solide, keine Frage. Springer F6, Springer C3 und E6. Und wir kommen jetzt in, also diese Aufstellung, das aufmerksame Zuschauer meines Kanals wissen das, hier kommen wir in so eine sogenannte halbslawische Variante oder Semislaw im Englischen. Dieses E6, Entschuldigung, E6, C6, D5 Konstrukt ist super stabil, aber es ist auch so ein bisschen einschränkend, ja, was die Läufer betrifft. Und üblicherweise sind im Semislawen aber gerade diese Läuferdiagonalen extrem wichtig, ja, das werden wir noch im Folgenden sehen. Erstmal Springer F3, Springer BD7, also beide Spieler entwickeln die Figuren, das ist jetzt nichts, keine Raketenwissenschaft, wie ich so gerne sage. Das ist völlig normal, gesunde Züge machen, Läufer D3, schwarz hochiert den König in Sicherheit, nachtigall, ich höre dir trapsen, das macht weiß auch. Und D schlägt C4 und Läufer schlägt C4, A6 und A3. Und das, da gibt es jetzt wahrscheinlich viele von euch, die sagen, naja, das ist jetzt nicht so super spannend, was ist der schwarze Plan? Natürlich irgendwann B5, Läufer B7, C5, Turm C8, so der typische Plan im Semislawen. Und man kann vielleicht auch direkt C5 spielen, ja, also man kann vielleicht mit diesem Fianchetto-Manöver noch ein bisschen warten und sofort die Lage klären und das Zentrum angreifen. Das ist hier auch passiert, also Sjogirov spielt sofort C5 und hier nimmt der gute Platon Galperin raus auf C5. Läufer schlägt C5 und B4, okay, Läufer geht zurück nach E7 und spätestens jetzt werdet ihr sagen, wie langweilig ist das denn? Ich meine, schaut euch mal die Bauerninseln an, hier zwei Bauern gegen zwei Bauern, hier vier Bauern gegen vier Bauern und so weiter. Und was ist hier los? Da ist ja überhaupt nichts mehr drin, da könnt ihr gleich Remis machen. Weit gefehlt, liebe Leute. Das ist nämlich auch einer der Gründe, warum ich euch die Partie zeige, denn das ist so harmlos, ja, vermeintlich harmlos. Ich habe aber eben gesagt, diese Läufer hier, ja, von Schwarz, die gehören auf bestimmte Diagonalen und das ist natürlich die B8H2 und die B7G2 Diagonale. Und durch die Pfeile erkennt ihr schon mal, wo die Reise hingeht, ja. Und das gilt natürlich irgendwo ein bisschen auch für Weiß, ja. Der kann seinen Läufer nach B2 stellen, seinen Läufer nach D3 stellen und guckt dann ebenfalls Richtung Königsflügel von Schwarz. Also, und deswegen fängt Galperin auch an, hier Läufer D3 zu spielen und sagt so ein bisschen, ja, ich gucke mal schon mal Richtung H7. Schwarz spielt B5 erstmal, klar, er muss ja das Feld B7 freiräumen für den Läufer. Und jetzt kommt E4 und das ist ein guter Zug, ja, E4 ist absolut in Ordnung. Ich möchte euch aber jetzt schon mal auf eine, ich nehme mal einen Schluck T-Position hinweisen. Denn jetzt wird es echt tricky. Und wie gesagt, ich muss euch mal fragen, welchen automatischen Zug würdet ihr hier spielen? Was ist hier, ich sage mal, die logische Konsequenz der schwarzen Struktur? Schaut mal rein. Vielleicht ein Video anhalten und ich nehme mal einen Schluck Tee. Das ist genau die richtige Temperatur. Weißer Tee übrigens, fancy white pionie. Also, ich habe gesagt, E4 ist ein guter Zug, ja. Stimmt. Und normalerweise würde man doch sofort Läufer B7 spielen. Das kam nicht in der Partie. Ich möchte euch hier mal eine Variante zeigen, was denn passieren kann, wenn schwarze Läufer B7 spielt. Und Leute, das ist das aus so einer, ja, fast symmetrischen harmlosen Stellung passiert jetzt der Irrwitz des Tages. Und zwar kann weiß jetzt E5 ziehen und bedroht diesen Springer. Und wenn dieser Springer irgendwo hinzieht, dann hängt der H7. Okay, aber natürlich gibt es auch die Befürworter von Läufer B7, die sagen, naja, Moment mal, nach E5 kann ich ja erstmal auf F3 nehmen. Stimmt. Weiß nimmt auf F6. Und schwarz nimmt auch auf F6. Und weiß erobert eine Figur. Schaut mal, 1, 2, 3 Leichtfiguren gegen 2 Leichtfiguren. Und trotzdem ist das alles andere als trivial. Denn jetzt wird es echt wild. Turm C8, der Springer auf C3 ist zweimal angegriffen und kann nicht ziehen. Das bedeutet, wir müssen ihn verteidigen. Zum Beispiel mit Läufer B2. Und jetzt spielt schwarz einfach Läufer E5 und ihr seht schon, auf einmal ist hier fürchterliche Machtgefahr entstanden. Läufer E5, so ein kleiner, stiller Zug. Aber weiß kann das verteidigen mit diesem absurden Zug F4. Und ja, hier kann man nicht wirklich nehmen, also kann man schon, aber dann F3 und so. Lassen wir es mal. Hier kann man Dame H4 spielen. Was ist das denn? Was ist denn das für ein Chaos? Und der Witz ist, wenn Weiß jetzt diese Figur auch noch mitnimmt, dann haben wir sofort Remi. Dann haben wir sofort Remi. Ihr seht, Dauerschach. Das heißt, wenn Weiß mehr will, kann er auf H7 nehmen. Mit der Idee, dass Dame schlägt H7 nicht möglich ist. Weil dann gibt es den Abtausch hier, zack, und am Ende hängt tatsächlich der Läufer auf E5. Deswegen muss Schwarz was anderes finden hier. Und was findet er? Er geht einfach weg. Natürlich. Ja, das ist jetzt nicht so schwer zu finden, weil außer Schlagen König H8 der einzige Zug ist. Weiß rettet den Läufer. Und jetzt nimmt Schwarz auf F4 und wieder droht Matt. Jetzt würdet ihr vielleicht mit... Was ist denn das für eine Variante? Ist es jetzt Matt oder was? Nein, es geht noch Turm E1. Und Weiß lässt den Einschlag oder muss er den Einschlag einfach zulassen hier, ja? Und so weiter. Also, es ist verrückt. Und hier, was soll ich sagen? Also hier ist die Stellung laut Computer ausgeglichen. Remi. Es gibt hier noch ein paar andere Zugfolgen. Also, ich habe ja gesagt, Läufer E4. Man kann auch mit der Dame nehmen, statt dem Läufer. Und nur mal, um es der Vollständigkeit halber zu zeigen. Auch hier, das ist ein Ähnliches. Nur eine Zugumstellung eigentlich, ne? Schaut mal. Und jetzt in der Stellung kann man hier auf C3 nehmen. Weil der Trick ist, nach Läufer schlägt C3, gibt es Dame H3 Schach und Doppelangriff auf den Läufer auf C3. Völlig wahnsinnig. Nein, es ist trotzdem okay für Weiß. König E2, ein wunderbarer Zug. Auch Turm schlägt C3, Dame schlägt C3, Dame schlägt C3 und Remi. König muss weg. Und zack und zack und zack und zack und Remi. Also, das ist ja völlig absurd. Und das ist, das ist der Grund, warum Läufer B7 hier nicht so genau ist. Das ist der Grund. Es gibt hier einen besseren Zug. Also, ich hoffe, ihr habt diese Variante jetzt verdaut, ja? Es gibt hier einen besseren Zug, indem man nämlich das weiße E5 rausnimmt aus der Stellung. Und zwar jetzt Läufer D6 zieht. Das ist der beste Zug am Brett. Jetzt geht das E5 nicht. Und jetzt hat Schwarz genug Zeit, Läufer B7 vernünftig zu spielen. Also, Läufer D6, bester Zug. Nur, das ist der Grund, warum ich so darauf rumreite. Ihr müsst auch mal verstehen, wer von euch hätte hier Läufer D6 gespielt. Ne? Das ist nämlich der, ich nehme mal den Schluck T-Moment gewesen. Also, guter Zug, Läufer D6 und Weiß setzt fort mit Läufer G5, macht Sinn und fesselt diesen Springer. Läufer B7, klar. Und Dame E2, ja? Deckt nochmal den E4 hier und so. Und ja, ist ein Allround-Zug sozusagen, ja? Dame B8, ja? Guckt mal. Und was habe ich vorher, was habe ich vorhin gesagt? Diese beiden Läufer, typisch Semislawisch, sind so wichtig auf diesen Diagonalen. Und diese beiden Läufer sind nicht so stark. Das ist der Unterschied und das ist der Grund, warum Schwarz hier besser steht. Also, so ein bisschen wie Magie. So ein bisschen wie Magie, oder? Also, so ein paar gute Züge gemacht und Schwarz steht hier besser. Erstmal H3, ja? Entledigt sich mal diesen unangenehmen Druck hier auf H2. H6 kickt den Läufer. Der geht erstmal nach E3 zurück. Und es kommt Springer E5. Okay. Okay, Turm AD1, ja, macht auch alles Sinn. Und Turm C8, zweiter Turm. Oder der Turm, was heißt der zweite, der erste ist noch gar nicht im Spiel. Aber der Turm kommt ins Spiel und der C3 ist nicht gedeckt. Okay. Erstmal nimmt Weiß hier raus auf E5, ja? Zwischenzug sozusagen. Läufer schlägt E5. Und jetzt müssen wir natürlich den Springer hier decken. Der ist zweimal angegriffen hier, wie ihr seht, ja? Der Springer geht nach B1 zurück. Und dann stellt sich wieder die Frage, ja, Schwarz steht besser, das haben wir inzwischen begriffen, aber kann man das auch zum Sieg umsetzen? Es ist ja immer ein Unterschied, ob jemand besser steht und das dann trotzdem nicht zum Sieg reicht. Und vor allen Dingen ist die Frage, kann man hier nehmen auf E4? Der Bauer hängt ja. Aber, ihr werdet einwenden, richtig, am Ende, wenn man hier nimmt, nimmt Läufer H6, dann hängt hier plötzlich eine Figur auf E4. Die Frage ist also, die man sich stellen muss, kann man hier nehmen? Und die Antwort ist ja. Man kann nehmen. Der gute Sjogirov hat hier genommen auf E4. Gut, einmal nehmen, hier auch, ja, Springer schlägt E4. Und es kommt so, wie wir es vorausgesagt haben. Läufer schlägt H6. Und jetzt hängt der Springer. Das kann man natürlich nicht zulassen. Das heißt, Schwarz sagt einfach, gut, ich gehe mal zurück. Ich gehe einfach zurück. Und dieser Läufer ist ja gedeckt von der Dame. Das ist eine bessere Stellung immer noch für Schwarz. Aber ich wiederhole mich da gerne, kann man das gewinnen? Der beste Zug ist hier unschwer zu erkennen. Läufer E3, also den Läufer retten, vielleicht auch den nach C5 stellen. Und dann, ja, dann wird weitergespielt und keiner weiß so genau, wie es ausgeht. Es ist eine kleine Disharmonie drin. Schaut mal, wo die drei Bauern stehen von Schwarz und schaut mal, wo die drei von Weiß stehen. Hier kann es zu einer Freibauernbildung kommen im Endspiel, ja. Okay, aber Weiß entschließt sich, die Sache zu verschärfen. Er lässt den Läufer einfach stehen und spielt hier F4. Okay, beantwortet den Angriff auf den Läufer mit einem Gegenangriff auf den schwarzen Läufer. Aber der zieht sich einfach zurück. Der sagt, ja, ich behalte mal den Druck aufrecht hier. Ja, jetzt muss sich der weiße Läufer endgültig retten nach G5, ist klar. Und der Springer hüpft nach D5. Und jetzt seht ihr auch den Nachteil des Zuges F4. Jetzt ist nämlich mächtig Druck auf den Bauern. Der ist dreimal angegriffen. Und wie wollen wir den verteidigen? Hier gibt es einen Zug, der Weiß, ich will nicht sagen rettet, aber im Spiel hält. Und den, ich nehme nochmal einen Schluck Tee. Okay, das müsst ihr mir verzeihen. Im letzten Video habe ich gar keinen Tee getrunken. Heute zweimal. Und was würde die hier ziehen? Was glaubt ihr, was ist der beste Zug für Weiß? Einfach vielleicht mal ein Video anhalten, mir beim Tee trinken, im Standbildzug gucken. Und mal überlegen. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Der beste Zug König H1. Das hat was zu tun mit den Ereignissen, die wir jetzt sehen werden. König H1, ein Prophylaxezug, um dieser Diagonale aus dem Weg zu gehen. Vor allen Dingen den Schachs hier auf dieser Diagonale. Und das hat eine massive Bewandtnis, wie wir gleich sehen werden. Und da kommen wir wieder zum typischen semislawischen, Läuferdiagonalen Schach sozusagen. Also König H1, bester Zug, ja. Aber Weiß entschließt sich, F5 zu spielen. Und der große Nachteil an dem Zug, der eigentlich relativ logisch aussieht, ja, der ist ja schließlich angegriffen, der Bauer. Er ist folgendes. Wir geben mal einen Schach. Läufer B6. Übrigens hätte man König H1 gespielt, wäre das Schach jetzt nicht mit Tempo gekommen. König H1, ja, und jetzt gibt es Dame G3. Und der große Nachteil, ich habe es gerade gesagt, an diesem F4, F5 ist, dass dieser Läufer jetzt nicht gedeckt ist. Die Dame greift diesen Läufer an. Und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, weil jetzt ein wichtiges Tempo verloren geht. Also Läufer C1 in der Partie, kommen wir gleich dazu. Man könnte noch Dame G4 versuchen, ja, dann gibt es Tausch, Tausch und Turm C4. Und das, am Ende ist das eine klare Gewinnstellung für Schwarz. Aber Weiß kann hier vielleicht noch kämpfen. Computer gibt hier so eine minus 3,8, minus 4,0. Das ist natürlich hoffnungslos eigentlich. Aber vielleicht kann man hier noch ein bisschen kämpfen, ja. Also, ich sage es mal so, Weiß hat hier Läufer C1 gespielt. Und das ist der endgültige Exitus, ja. Ja, Läufer C1 ist ein sofortiger Verlust. Und ihr wisst auch warum. Diese Diagonalen sind einfach gift und tödlich, ja. Läufer C7, ja, einmal nach B6, wieder zurück nach B7. Und jetzt guckt an, es droht matt auf H2. Ja, das ist nicht schwierig, ja. König muss anfangen zu laufen. Wir geben einen Schach auf H2. König muss anfangen zu laufen. Und jetzt geben wir wieder einen Schach auf B6. Ich meine, ja, der Läufer C7, B6, C7, B6, Tri, Draht, Ruhlala. Und das Matt ist auch schon da. Also, wohin, was machen wir jetzt? Der König hat gar keine Felder, ja. Der muss nach F3 laufen. Und jetzt, letzter, versprochen, letzter. Ich nehme mal einen Schluck T-Moment. Deshalb habe ich es aber übertrieben heute. Egal, ja. Was zieht schwarz? Richtig. Dieser Läufer überdeckt das Feld F4. Und wenn wir den rausnehmen, so wie es in der Partie kam, kann Weiß aufgeben. Denn es droht Dame F4, die Paulettenmatt. Dame F4 ist matt. Und deswegen hat Weiß hier an der Stelle nicht so früh aufgegeben. Also, fantastisch, oder? Das ist eigentlich, das war hier an der Stelle noch okay. F5 ist der endgültige Rohrkrepierer sozusagen. Also, König H1 aber zu finden, ist auch nicht so einfach, ja. Nur, wenn man hier diesen Schachs aus dem Weg geht, jetzt ist das alles nicht mehr, jetzt kommt das alles nicht mit unglaublichem Druck. Der Läufer ist gedeckt und so weiter. Vielleicht muss Schwarz den sogar abtauschen irgendwie. Da hätte man weiterspielen können. Aber so ist eben Schach, ist ein Spiel der Fehler. Und dann einmal nicht aufgepasst und die Partie ist kaputt, ja. Mir hat die sehr gut gefallen. Es gab so viele Unentschieden. Also, Wahnsinn, ja. Ich halte euch aber natürlich auf dem Laufenden. Ich kann euch noch berichten, die Nara Wagner nach ihrem Auftragssieg beim Fide Grand Prix auf Zypern. Die hat jetzt dreimal Remis gespielt, ist auf dem geteilten zweiten bis vierten Platz. Da habe ich ein Auge drauf. Wenn es was zu zeigen gibt, verpasst ihr das überhaupt nicht, wie ihr sowieso überhaupt nichts verpasst hier auf dem Kanal, wenn ihr nämlich ein Abo dalasst und die Glocke drückt. Tolle Überleitung, wie ich finde, oder? Wahnsinn. Außerdem könnt ihr mich natürlich noch mit einer Spende bei PayPal unterstützen. Ich sage dafür herzlichen Dank und noch mehr Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut so lange. Tschüss. Vielen Dank. houses ip cosa 1 0